Mit PASMO gehst du über hüfthohe Hindernisse. Jeder und jede kann das. Nimm eine Technik, die du langsam machen kannst und viel Kontakt zum Hindernis hast. Sobald du etwas Übung hast, kannst du dir auch Techniken suchen, die du das Hindernis nur ganz kurz berührst. Weil du dich sicher fühlst, kannst du das Ganze auch mal etwas schneller machen. Es gibt unendlich viel PASMO. Probiere selber aus. Ich habe den Lager aus. In der Lager aus. Mit PASMO zu mit dir. Vielen Dank.